Und weil ich euch gerade erzählt habe, dass wir 99 Tempo mögen, haben wir auf dem rechten Flügel, richtig, 99 Tempo. Wir kommen mit so viel Tempo da an, wir kommen in dieser Weekend League mit so viel Tempo an, wir rushen an die Gegend dann so vorbei. Der Turnschuhmann, so super schnell wie er, rennt kein anderer. Soll ich schnell mal eben auf den Berg da rennen? Soll ich's gleich nochmal machen?